Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin, dass wir ihn zur Garage leiten oder so, wenn die wieder da sind, natürlich nur. Ja, Garage. Ja, hier ist der andere Eingang, okay. Jetzt haben sie beendet mit. Dann haben wir die Seite hier auf Strom gesetzt. Und Mute auch diesmal. Die Seite können wir hier auf Strom setzen. Nur mal die andere. Welche Seite? Ja, gut, die können aber auch nicht mehr auf Strom setzen. Hier im Haus haben sie unter Strom gesetzt jetzt. Dann müssen wir eigentlich noch mal alle zur Garage und dann gucken wir mal, dass der Thurmaid da nicht hingeht. Ja, klar, dass der da nicht hingeht. Ja, und das Zeichen nochmal setzen. Geht da nicht hin. Der rafft es auch nicht. Große. Soll ich das mal, das ist so ein bisschen wie Ammo, 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 I need Ammo, 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 I need Ammo. Das ist so ein fettliche Schlampe. Ja, sollen wir hier machen? Nix. Ja. Plage da drüber und mal noch in den Deckel sprengen oder so. Weißt du, dass man da einfach mal von zwei Seiten werfen kann? Nein. Na, kann man nicht mehr Fedder kassieren, ne Idiot. Letztes Mal war eben einer oben. Ja. Da aufpassen. Hier ist einer. Das gibt es doch gar nicht. Das ist so nicht wahr. Reloading, cover me! Wir hatten der dir den Header gegeben. Der kam hoch, hat mir den Header verpasst. Ohne dass ich eine Chance mit Fickern was hatte. Ich hab mir so einen Sack mit den Randoms hier das mal. Können wir wieder in die Verlängerung, so wie es aussieht. Ja. Schon wieder da. Ja, schon wieder. Wir sind hier gerade von so einem Random total angepisst. Die nächste Spiel würde ich mitmachen.